Freiwilliger Ein Freiwilliger ist jemand, der sich freiwillig meldet. Jemand, der dann, wenn jemand gesucht wird, sich meldet, ist ein Freiwilliger. Und es ist gut, sich freiwillig zu melden für die verschiedensten Aufgaben. Warte nicht, bis jemand dich dazu zwingt. Warte auch nicht, bis du keine Wahl mehr hast. Sondern es ist oft klug, sich im Vorhinein als Freiwilliger zu melden. Es gibt natürlich die Freiwillige Feuerwehr. Es gibt Freiwillige im Katastrophenschutz. Aber in vielerlei Hinsicht auch Freiwillige, die sich melden, um einen Vortrag zu geben, um eine Präsentation zu geben, um eine Yogastunde zu leiten und so weiter. Wenn du selbst dich öfters als Freiwilliger meldest, dann kannst du mehr Gutes bewirken. Und es ist immer gut, das Gefühl zu haben, ich habe mich freiwillig gemeldet.